Mit den neuen Optionen für Kabelverlegesysteme und den Kabelweg in DDS-CAD 16 bringen wir Ihre Elektroplanung jetzt noch weiter nach vorn. Ab sofort können Sie Verlegesysteme unmittelbar an Verteilerschränke anschließen. Diese Funktion erzeugt eine durchgängige Verbindung zwischen den beiden Objekten. Sobald Sie das Kabelverlegesystem an den Verteiler anschließen, lassen sich auch die zugehörigen Stromkreise direkt mit dem Verlegesystem verbinden. Die Verknüpfung wird bei Kabelberechnung automatisch berücksichtigt. Des Weiteren wird die Verbindung zwischen den beiden Objekten im Modell anschaulich visualisiert. Wird ein Verteilerschrank neu positioniert, bleibt das Kabelverlegesystem fest mit ihm verbunden. Es lassen sich auch mehrere Verlegesysteme an einen Verteiler anschließen. Eine weitere Verbesserung in DDS-CAD 16 bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten, bei der Arbeit mit der Kabelweg-Funktion. So können Sie den Kabelweg nun an Gerätedosen anschließen. Ebenso ist es möglich, Kabelwegen individuelle Leerrohre hinzuzufügen. Auf diese Weise lässt sich jedes Kabel schnell mit einem eigenen Installationsrohr versehen. Sie können aber auch nur ein Rohr für alle auf demselben Weg verlaufenden Kabel verwenden. Hierfür deaktivieren Sie einfach die Option Individuelle Leerrohre verwenden. Mit diesen neuen Funktionen in DDS-CAD 16 planen Sie Elektroinstallation noch einfacher, flexibler und präziser. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden.